Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge und heute reden wir über so ein, ja sagen wir mal Klischee oder man könnte auch eine Fehlinformation sagen, denn es gibt so ein paar ganz klassische Aussagen, die man immer wieder zu Menschen aus dem Autismus Spektrum hört und eine, die mich immer, ja immer wieder ereilt und die ich immer wieder höre, auch in meinen Veranstaltungen, im Laufe meiner Seminare, im Rahmen irgendwelcher Fachtagungen, ist die Frage, ob alle autistischen Menschen eine Inselbegabung haben. Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, da sollten wir uns mal mit beschäftigen und das ist tatsächlich eine Hypothese, die relativ oft geäußert wird, nämlich alle Menschen mit Autismus haben automatisch eine Inselbegabung. So, und ist das jetzt wirklich so oder kann es sein, dass es hier vielleicht auch eine Verwechslung gibt? Und darüber, ja, können wir jetzt mal reden und ich erzähle auch mal Folgendes dazu, nämlich, dass es tatsächlich so ist, dass autistische Menschen in der Regel keine Inselbegabung haben. Es ist sogar sehr, sehr selten, eine Inselbegabung zu haben, bedeutet, dass man also laut Definition jetzt eine starke geistige Behinderung hat, in Kombination mit einer ganz besonders hochfunktionalen, fast übermenschlichen Leistung in einem Teilbereich. Und dazu gibt es sogar einen fachlichen Begriff, man nennt das das Savant-Syndrom. Und ja, und wie das so funktioniert und woher das kommt, das gucken wir uns heute mal an. Also, einmal kurz ein paar ernüchternde Zahlen. Es gibt ca. 100, ein paar mehr Personen in der Geschichte der Medizin, in der dokumentierten Geschichte der Medizin, die das Savant-Syndrom hatten. Viele leben auch tatsächlich noch, aber es gibt heute noch die Möglichkeit, sich auch über diese Menschen zu informieren und sich ein bisschen Reportagen anzugucken und ein paar Dokus. Ja, und von diesen 100 Menschen oder knapp über 100 Menschen waren nur ganz, ganz, ganz ein bisschen über die Hälfte Menschen mit Autismus. Das heißt, um die Frage vom Anfang nochmal zu beantworten, ja, es gab insgesamt so 51, 52, vielleicht 53 Menschen in der Geschichte der dokumentierten Medizin, die Autismus und eine Inselbegabung hatten. Also ist die Quote schon relativ ernüchternd und gering. Es gibt auch ziemlich starke, viele Informationen so aufgrund der Medien oder durch Filme. Also bis so heute sind autistische Themen ja durchaus auch in der medialen Welt angekommen und man kann sich viel informieren. Es gibt Serien darüber, Dokumentationen. Autistische Menschen sind auch Mittelpunktfiguren in, ja, ziemlich erfolgreichen Fernsehserien und Filmen und bis vor 20 Jahren war das aber eine ganz andere Geschichte, denn da gab es eigentlich nur eine Idee zu autistischen Menschen und zwar der Rain Man. Also Dustin Hoffman, der halt diese Person gespielt hat, dafür auch zu Recht, wie ich finde, einen Oscar als bester Hauptdarsteller erhalten hat. Aber es ist so, dass insbesondere diese Person, die dort dargestellt wurde, zwar eine Inselbegabung hatte, aber keine Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt, sie gehörte zu der anderen Hälfte und es gab also keinen wirklichen Zusammenhang. Man hat in der, ja, man hat so ein bisschen durch diesen Film die Idee entwickelt, dass autistische Menschen Inselbegabung haben. Vielleicht kommt es da auch her. Aber ausgerechnet die Person, die in Rain Man dargestellt wurde, hatte diese nicht. Und ja, das ist schon eine interessante Geschichte, die die Filmwelt da mal wieder geschrieben hat. Und ja, diese Person war aber an einem reellen Beispiel tatsächlich entwickelt worden. Und zwar gab es den Rain Man wirklich und zwar war das der Amerikaner Kim Peek, der sogenannte Kim-Puter. Da gab es diverse Spitznamen für diesen Mann und der, ja, war tatsächlich relativ bekannt so durch auffällige Auftritte, hat so seine Fähigkeiten dann auch mal so in Dokumentationen und sowas gezeigt. Und Kim Peek war ein Mensch mit Savant-Syndrom. Savant bedeutet übrigens die Wissenden. Und dieser war dann mit seinen Fähigkeiten natürlich auch relativ, ja, interessant für die Fachwelt. Und da hat man sich tatsächlich intensiv mit beschäftigt. Und man hat sich überlegt, wie kann es denn sein, dass ein Mensch solche Fähigkeiten hat? Also bei Kim Peek zum Beispiel eine unmenschliche Gedächtnisleistung. Also der Mann konnte wirklich viele, viele tausende Bücher auswendig. Er konnte alle Postleitzahlen der USA auswendig, alle Highway-Verbindungen. Also auch ganz viel, naja, in vielen Feldern würde ich mal sagen für die Praxis auch unnützes Wissen. Kim Peek war hochgradig kognitiv eingeschränkt, also wurde bis zu seinem Tod von seinem Vater, der, glaube ich, schon an die 90 war dann oder auf jeden Fall über 80, begleitet täglich. Und ja, der musste ihn auch unterstützen beim Anziehen, Zähneputzen, Schuhe zu binden. Also Kim Peek war ein hochgradig von der Intelligenzleistung her eingeschränkter Mensch. Aber trotzdem hat er halt diese besonderen Fähigkeiten. Und die Frage war, woher kommen diese Fähigkeiten? Und ein paar Forschungen gab es dazu. Und es gab eine relativ auffällige Sache, nämlich dass man herausgestellt, dass sich herausgestellt hat, dass bei diesen Menschen die beiden Gehirnhälften nicht richtig verbunden sind. Es gibt da einen Nervenstrang, der diese verbindet in der Regel, das sogenannte Corpus Callosum. Und ja, das war bei einigen dieser inselbegabten Menschen nicht mit angeboren. Und dann gab es auch Menschen, die durch einen Unfall diesen Teil des Gehirns beschädigt haben und dann auch diese Fähigkeiten entwickelt haben. Also im Laufe des Lebens erworben dadurch, dass dieses Corpus Callosum zerstört oder kaputt gemacht wurde. Und ja, was man da so grundsätzlich, also man ganz grob erklärt, da als Prozess beobachtet hat, ist, dass das Gehirn nicht mehr in der Lage war oder die Gehirnhälften waren nicht mehr in der Lage, sich gegenseitig abzugleichen. Und dadurch hat das Gehirn so eine Art informatives Messy-Syndrom entwickelt und hat einfach ganz viele Daten abgespeichert, die man eigentlich nicht braucht. Also die neurotypischen Menschen oder neurotypische Gehirne sofort aussortieren würden, um irgendwie hier den Gedächtnisspeicher nicht unnütz zu überfordern. Was eigentlich natürlich auch nicht geht, denn mittlerweile wissen wir, dass das Gehirn unbegrenzt Kapazitäten hat, Informationen aufzunehmen. Ja, genau. Also so wurde dann halt diese Information immer mehr abgespeichert und es gab keine Möglichkeit, die auszufiltern. Und daraus kam dann diese extremen Leistungen zustande, die ja immer noch sehr beeindruckend sind, wenn man sich das so anguckt. Das hat aber mit den allermeisten Menschen aus dem Autismus-Spektrum nichts zu tun. So, wie kommt man jetzt auf die Idee, dass autistische Menschen eine Inselbegabung haben? Und da habe ich zwei Vermutungen. Erstmal wird dieser Film dann nicht ganz unschuldig sein. Also Rain Man spukt zumindest den älteren Zuschauern noch im Kopf. Die jüngeren Menschen kennen den Film nicht mehr so, beobachte ich immer. Ich rede ja oder frage ja immer mal nach, wer den so kennt in meinen Seminaren und so. Und da ist der nicht mehr so präsent. Nummer zwei ist aber, dass natürlich viele Menschen mit Autismus ein Spezialinteresse haben, mit denen sie sich intensiv und vollkommen überbordend auseinandersetzen. Und das führt zu folgendem, dass sie natürlich in diesem Bereich besondere Kenntnisse haben. Nochmal zur Erinnerung, die meisten Menschen mit Autismus sind durchschnittlich intelligent, also die mild Betroffenen. Wir haben ja auch noch die Menschen mit geistigen Behinderungen, aber die anderen, die halt keine Intelligenzminderung haben, und die sind durchschnittlich intelligent und nicht überdurchschnittlich intelligent. Also in der Regel nicht. Ja, und wenn die sich halt intensiv mit dem Thema beschäftigen, dann kennen die sich dann natürlich irgendwann richtig mit aus. Aber es geht bei der Inselbegabung nicht nur darum, sich mit etwas besonders gut auszukennen. Es geht auch darum, etwas übermenschlich gut zu können. Und das trifft hier halt nicht zu. Das heißt, es ist quasi sowas wie ein Rabbit Hole. Dadurch, dass sich die Menschen die ganze Zeit mit einem Thema beschäftigen, erwecken sie den Eindruck, dass sie unendliche Kompetenzen in diesem Bereich haben. Das ist auch teilweise so. Aber mit Inselbegabung hat das nichts zu tun. Und deswegen machen wir mal einen Haken unter. Die meisten autistischen Menschen haben keine Inselbegabung und schon gar nicht haben alle autistischen Menschen automatisch eine Inselbegabung. Ja, und das wollte ich euch einmal so für heute mitteilen. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut. Und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.